Ich bin der Chronist. Ich sehe alles, was in Ankaria geschieht, und es ist meine Pflicht, all diese Vorgänge niederzuschreiben. Obgleich es mir weder möglich noch gestattet ist, in die Geschicke der Sterblichen einzugreifen, gibt es dennoch einige unter Ihnen, denen ich besonderes Mitgefühl entgegenbringe. Ein mächtiger Krieger namens Garlan ist einer jener Sterblichen. Denn das Schicksal erlegt Garlan viele Prüfungen auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017